Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob. Lass mal das Ding hier wegräumen und willkommen zum heutigen Obsoleszenzvideo bzw. moderne Technologien und effiziente Technologien. Das ist heute alles so ein bisschen aneinander. Das möchte ich jetzt drehen, das Video, aus zwei Gründen. Erstens haben mir einige Leute geschrieben, dass sie halt immer nur so ganz kleine Solaranlagen haben. Sie haben zum Beispiel einen Wohnwagen, wo nicht viel drauf geht oder halt einfach nur einen winzig kleinen Balkon und sie möchten aber trotzdem irgendwas machen und kommen dann so, macht das überhaupt Sinn mit so einer winzig kleinen Solaranlage? Und dann einmal die Leute, die fast gar nichts machen können. Oh, Messer offen. Gleich mal Sicherheit bringen. Oder so. Und dann gibt es noch eine aktuelle Entwicklung Dampflok. Was ist denn das jetzt wieder? Mein kleiner Sohn, der liebt Dampfloks. Okay. Und ich habe jetzt meine Kiste ausgepackt. Die steht da, die könnt ihr jetzt nicht sehen. Und habe da meine H0 Eisenbahn mal ausgepackt. Das ist jetzt hier das älteste Modell, was ich habe. Diese Lok ist... Entweder ist sie aus den ersten Pico-Modellen von 1950. Hier steht aber so gar nichts drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob die ersten Picos tatsächlich auch wirklich so gar nichts draufstehen hatten. Oder sie ist sogar noch älter. Mein Opa hat irgendwann mal gemeint, so 1930 oder 20 oder so. Was ganz, ganz altes. Und dann würde diese Lok jetzt bald mal 100 Jahre alt werden. Sie fährt auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe da irgendwann mal versucht, die zu reparieren. Aber sie fährt halt einfach nicht mehr. Hat auch hinten keinen Lichter. Hat nur hier so ganz knuffige, kleine, runde Lichter. Wir haben aber eine Dampflok, die lässt sich immer noch bewegen. Macht sie auch wunderbar. Vielleicht schneide ich euch mal irgendwo was rein. Hat aber damit jetzt nicht wirklich was zu tun. Ich möchte euch mal gerne diesen Pico-Travo hier zeigen. Und für die ersten, die schon ins Lachen anfangen, Pico deswegen. Weil meine Solaranlage, schön wär's. Mein gesamtes Eisenbahnequipment hier ist DDR-Produktion. Ist von meinem Opa geerbt. Und das ist nun mal leider Pico. Oder was heißt leider? Ich finde das Zeug halt cool. Aber es ist Pico und Fleischmann und was es nicht alles gibt hier. Was die ganz große Firma, die da was macht, keine Ahnung. Es spielt auch keine Rolle. Diesen Travo hier, da ist ein Kabel dran. Das war so, das habe ich jetzt erst mal gekürzt. Seitdem fährt der Zug auch. Weil wir wissen ja, auf der DC-Seite bei 12 Volt sollte man ja an der Stelle kurze Kabelwege haben. Jetzt habe ich das erst mal um fast zwei Drittel angekürzt, das Kabel, weil er hätte gern, dass am Ende bei dem Zug auch noch was ankommt. Fährt jetzt wie eine 1. Aber was mich so gewundert hat, das Ding wiegt nix. Das ist, da ist, ja gut, was ist da drin? Kleiner Spannungswandler, nix. Hier kann man noch was drehen, muss ich dann noch ausprobieren, was das macht. Ja, und hier so ein kleines Netzteil, guckt euch das an, das ist gar nichts. Nix ist das. Hochgradig effiziente Technik, woher weiß ich das? Ja, ganz einfach. Du musst aufpassen, das Ding ist schwer. Das da macht im Prinzip genau dasselbe wie das. Kann ich das so? Oh, das ist doch schwer. Nur das hier ist von, ich stehe das irgendwo drauf? Hm, ne. Das ist noch für 220 Volt, logisch. 50 Hertz, 33,6 VA. 1,7 bis 12 Volt bei 1,2 Ampere. Zubehör 16V, keine Ahnung. Nur zu verwenden in trockenen Räumen. Das war mir fast klar, wenn man hier oben was anschließen kann. Jetzt seht ihr hier eine Effizienzsteigerung. Die Bauteile hier sind logischerweise viel jünger. Die Bauteile hier sind viel, viel effizienter. Und die Bauteile hier sind viel, viel leichter. Das ist, glaube ich, an der Stelle logisch. Die alten Loks fahren übrigens mit dem wunderbar. Ich habe alles schon ausprobiert. Unter mir ist ein Gleis. Ich muss gerade aufpassen, wo ich hintrete. Was ich damit sagen will ist, unsere Technik ist unheimlich effizient geworden. Unheimlich effizient. Und genauso wie diese Travos hier immer effizienter werden. Dann werden natürlich auch Solarmodule immer effizienter. Das heißt, auch heute oder speziell heute in 2020, je nachdem, wenn ihr das Video schaut, ist das vielleicht noch weiter gedient, werden natürlich die Module auf selber Fläche immer mehr Leistung erzeugen. So ein gängiges Ding war jetzt immer so 18% bei Monokristallinen. Und die neueste Generation, die jetzt dann 2021 auf den Markt kommen soll, hat dann wohl schon 22% Wirkungsgrad. Das heißt, 22% vom aufgefangenen Licht wird in elektrische Energie umgewandelt. Damit kannst du auf gleicher Fläche viel mehr Strom erzeugen. Wir gehen also in super gute Richtungen. Andererseits ist es so, wenn man jetzt einen hocheffizienten Fernseher hat, verbraucht man ja weniger. Wenn man effiziente Leuchtmittel hat, verbraucht man nicht so viel Strom. Wobei mir das hier im Keller eigentlich relativ wumpel sein kann, weil das läuft alles über Solarstrom. Nichtsdestotrotz, ihr seht das da hinten immer noch die Lücke. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, den ganzen Krempel wieder zusammenzuräumen und mal die Batterien fertig zu testen. Kann man da schon eine ganze Menge Energie sparen? Ganz einfacher Fall, Wäche-Trockner. Wir haben einen Wäche-Trockner. Wir haben keinen Wäche-Trockner, weil wir faul sind oder irgendwas, sondern weil wir ein kleines Kind haben und das ansonsten so viel Schmutzwäche macht, dass wir uns einen Wäche-Platz mieten müssten. Ist so. Im Herbst und im Winter wird die Wäche dann nicht richtig trocken. Erst ist es nass, dann ist es schneenass, irgendwas. Schrecklich. Aber wir haben einen mit Wärmepumpe. Eben für den Stromverbrauch. Das heißt, man kann sogar etwas tun, wenn man gar keine Solaranlage hat. Man kann einfach seinen Verbrauch unheimlich drücken. Man kann aber auch mit einer sehr kleinen Solaranlage, hier, Chinese Solarpanel, mit wenig Energieerzeugung und einem sehr gedrückten Verbrauch, trotzdem sehr viel Energie sparen oder vielleicht gar nichts an Energie verbrauchen. Vom Verzorger jetzt irgendwo Energie wird schon verbraucht, aber ihr habt es dann halt selber erzeugt. Ein weiteres Beispiel, das muss ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, dafür muss ich jetzt aber mal aufstehen. Dieses Radio hier, das ist dieses günstige Prepper-Radio, was ich mal präsentiert habe, das ist eine feine Sache, das hat eine 18650er Zelle. Mal gleich wieder ausschalten, sonst springt mir YouTube dazwischen. Dieses Radio wird über eine 18650er Zelle gespeist, das habe ich mir damals bewusst zugelegt, weil ich eben gerade diese Zellen haufenweise zur Verfügung habe und im Worst-Case-Szenario habe ich viele von diesen Zellen zur Hand. Dieses Radio verbraucht also über Tage, über Tage die Energie dieser kleinen Zelle. Ihr habt ja hier bei mir im Hintergrund, hier, dieses Radio, dieses Radio geht. Das ist nicht kaputt, das ist keine Deko, ich benutze es nur nicht. Es ist ein Erbstück, es ist logischerweise auch ein bisschen Deko, aber es ist halt ein Erbstück grundsätzlich mal. Und wenn man da das Radio einschaltet, dann müssen drinnen erstmal die Röhren warm werden und dann verbraucht das Ding 100 Watt. 100 Watt. Mein Fernseher oben verbraucht weniger. Das sind 37 Zoll irgendwas, fragt mich nicht. Reicht vollkommen aus. Netflix, YouTube, passt schon. Geht alles, Full HD, nichts Höheres, aber der Verbrauch ist sensationell niedrig. Das heißt, selbst wenn ihr euch gar keine Solaranlage bauen könnt oder vielleicht nur eine ganz kleine Solaranlage, könnt ihr auch einen Fernseher auf 12 Volt Basis euch zulegen, gibt es ja auch, direkt so Campingfernseher. Ölsebst, da geht einiges. Da geht einiges. Und jetzt stellt euch mal was vor. Jetzt möchte ich mal ganz kurz die Brücke zur Obsoleszenz schlagen. Deswegen habe ich es ja im Video angekündigt. Wir haben hier eine Kiste. Was ein bisschen komisch ist, dass die Lichter nicht mehr leuchten. Da konntest du nämlich sehen, wenn der Zug fährt. Das war cool. Ja, ist egal. Diese Kiste funktioniert immer noch. Steht jetzt mal im Raum. Ich bin ja mal gespannt, wie lange diese Kiste hier funktioniert. Wenn wir es hinkriegen würden, dass diese hochmodernen, effizienten Geräte, die ja weniger Platz einnehmen, die Komponenten da drin neu anders sind, wenn wir es hinkriegen würden, diese Geräte genauso langlebig zu machen wie diese Geräte, man kann sie ja dann auch recyceln, man kann irgendwas. Es geht mir einfach nur darum, dass diese Geräte einfach nicht nach 10 Jahren kaputt gehen sollen. Nehmt das jetzt mal stellvertretend für eine Waschmaschine oder für einen Staubsauger, okay? Nicht kaputt gehen sollen. Und dass wir entscheiden, wann wir sie abgeben. Aber nicht, weil sie kaputt gegangen sind. Sondern einfach deswegen, weil wir entschieden haben, dass es etwas Besseres gibt. Da kann man diese Geräte aufschrauben und recyceln. Man kann vielleicht Komponenten, die veraltet sind, recyceln. Andere Komponenten, die nicht verbessert worden sind, wobei das ist in unserer heutigen Zeit eher schwierig, aber kann ja sein, können gleich weiterverwendet werden. Irgendwas oder das Gehäuse. Das Gehäuse wird verwendet, das Innenleben wird nur ausgedascht. Irgendwas! Stichwort jetzt wieder Waschmaschine, okay? Ich weiß schon, dass das bei dem Ding ist schwierig, aber es ist ja auch ein Plastikgehäuse. Es ist ja auch wieder im Prinzip hoher Ölanteil. Wenn wir das hinkriegen würden, dann könnten wir, glaube ich, unseren Fußabdruck auf diesem Planeten sehr, sehr reduzieren. Ich habe mir im Keller eine Kiste aufgehoben. In dieser Kiste lagern kleine Schätze, die wunderbar detailliert sind, die sehr schön aufbereitet sind, auch wenn hier ab und zu schon so ein kleiner Dämpfer fehlt und so, es hat sehr lange da drin gelegen. Aber das hier ist gelebte Geschichte und das hier ist ressourcenschonend, weil ich jetzt im Prinzip neue Gleise und einen neuen Travomir organisiert habe, weil ich auch ehrlich gesagt gar nicht gewusst habe, dass ich den noch habe. Aber das Zeug ist noch da und mein Kleiner hat an so einer Lok mal ganz realistisch genau denselbe Freude wie an einer neu gekauften Lok. Checkt er den Unterschied? Ja, er checkt den Unterschied schon, weil er spürt, dass mir hier auch das Herz aufgeht, weil da Erinnerungen drin stecken. Ressourcenschonung, verbesserte Technik, moderne Solaranlagen. Ich glaube, dass wenn wir auf eine vernünftige, nicht auf billige neue Technik, sondern auf vernünftige Technik setzen, auf moderne Technik, auf effiziente Technik, dass dann diese Zukunftsprognosen oder Szenarien, die immer so in den Raum gestellt werden, gar nicht so schlimm sind. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.